ja auf dem dachboden beziehungsweise in der kammer gab es manchen fund unter anderem eine große alte karte historisch wir sehen hier günne brünningsen da zum beispiel der sportplatz ist noch oben auf der günner hude und nicht unten immer weiter wir haben brünningsen kraftwerk talsperre westrich haus delicke guter möhnessee in der form hat sie nicht verändert den beruch schöner hinweis hühnerfarm delicke auch noch ganz anders drügelter höfe delicke brücke ja wir sehen jetzt hier den cut wo der zweite kartenteil beginnt helfe becken stauschleuse rennweg schöne worten badeanstalt braucht man auch nicht mehr körbeke auch noch anders stockholm südrand weg stock und madame und dann hört es auf mit der karte die man eingerollt deswegen die holzklötze gehen wir runter sagt meinhof willemsruh ja vielleicht weiß wer von euch da draußen von wann diese karte ist ich gehe noch ein bisschen höher aber das vielleicht meiner totale so höhnesee wer kann zeitlich einordnen wäre ich dankbar schöne grüße schöne pfingsten bis dahin auf diesem kanal